herzlich willkommen bei meister ali heute zeige ich euch die out of scope funktion am digitalen fahrtenschreiber mit ok begeben wir uns in das menü wir scrollen nach unten weiter bis zum eingabe fahrzeug mit ok bestätigen out beginn auswählen eingabe gespeichert somit sind wir in der out of scope funktion out of scope funktion ist dafür da wenn ich das fahrzeug auf dem firmen abgeschlossenen firmengelände bewege oder kurz zum rangieren dafür kann man das benutzen alles was außerhalb des geltungs bereiches ist vielen dank